Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von World of Warships in meinem Kanal MagiSockerBude. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wir gehen hier heute mit der Betty's Grab rein. Das müsste ein Russe sein. Wir haben jetzt hier gerade Speed angemacht. Wir haben ja 100 Stück davon. Und ich verstehe auch manche gar nicht, warum die am Anfang Torpedos schmeißen, weil die Tops, die haben 6 Kilometer Entfernung. Was wollen sie damit treffen? Fragen über Fragen, die man irgendwie nicht beantworten kann. Wir haben wieder AP geladen. Wir öffnen das Feuer auf Pokeboat. Also auf diese Klasse. So, ich werde jetzt hier aber wieder abdrehen. Mal kurz mal ein bisschen Speed machen. Naja, ist halt gut, Jungs. Komischerweise bin ich immer der Erste in der Mitte. So. Fahren wir erstmal schön hier aus der Reichweite. Also versuchen wir es mal. Weil der Rest, der bleibt hier irgendwo hier stehen. Weiter Speed. Haben jetzt leider schon zu viel HP verloren. Mein Gott, wie die hier alle fahren. Die fahren ja sogar rückwärts. Aber wir haben hier schon wieder 8.000 Damage gemacht. Wie gesagt, bei 10.000 gibt es halt Bonusgeschichten. So, da kommt Kundschaft. Machen wir wieder Speed an. Da muss ich erstmal hier voll dran gewöhnen, dass man hier so oft hier Speed machen kann. So, da tat es wieder weh. Die machen doch schon recht Schaden. Also dafür, von den Trefferpunkten her ist das schon ganz okay. Ist schon recht sportlich. So, Battleship. So, schmeißen wir ein Torpedo ab. Schauen wir mal, was passiert. Jetzt kriegt erstmal Bottleship erstmal einen auf die Nase. So, schmeißen wir hier nochmal ein Torpedo ab. Drehen ein. Aber den können wir jetzt ja auch ganz normal mit... Ja, die kriege ich nicht mehr torpediert hier. Speed. Aha. Ersatz mit X, das war bei nichts. Ey, da klauen die mir hier die ganzen Kills, ey. Penner, ey. Man, ey. Die pimmeln da hinten rum und machen nix. Sorry. Ist aber so. Mein Gott, ey. Direkt umnieten. Solche Vögel. Aber das Match ist irgendwie nur ausgeglichen. So, da hinten haben wir wieder was. Oh, der ist gerade geplatzt. Okay, wir werden das verlieren. Liegt auch irgendwie daran, dass die alle hier hinten rumfahren. Aber man könnte es aber auch noch gewinnen. Ein bisschen Speed. Ich werde mal hier mal ein bisschen Schaden machen, ja. Oh, Vollgas hier. So, wie das ausschaut, fährt der jetzt hier gleich gegen die Gummi-Inte. Ich kann ja nicht torpedieren, auch geil. Na dann, dann wird halt weiter drauf geschossen. Mit der Hoffnung, dass wir den da hier irgendwie auch mal rausnehmen können. So, jetzt mache ich hier auch mal einen Stil. Ja, ich treffe. Geht doch. So, jetzt bin ich hier mehr oder weniger, nee, nicht alleine. Das geht noch. So, Speed an. Ich kriege gerade ein bisschen auf die Fresse. So, jetzt haben wir ja noch Maschinen-Boost. Aber das war's hier gleich für mich. Mal einmal ein Torpedo abwerfen. Jetzt haben wir ja Glück, dass er da reinfährt. Da glaube ich nicht dran. Nee. Da gehe ich auch schon auf. Aber wenigstens mal ein Schiff versenkt. Für 36.000 Schaden hätte ich sogar mehr kriegen müssen. Ja, das war Betty's Crap. Und wir haben ja noch zwei weitere Schiffe. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Achso, ist schon vorbei. Kommt hier nur eine Statistik? Ja, okay. Achtmal Basis verteidigt. Naja, das Team hat's jetzt nicht wirklich gewissen. 38.000 Schaden ist okay. Und wir sehen uns in der nächsten Schlacht. Ciao.